Liebe Spaßgesellschaft, ein ganz wunderschönes Ahoi Ahoi und willkommen zurück bei einer weiteren Folge Let's Play 2Point Campus. Und siehe da, wir haben tatsächlich zum Beginn der Folge unseren ersten Stern und somit auch einen neuen Campus freigeschaltet. Nice, Jubel, Trubel, Heiterkeit und so weiter. Ich sollte jedoch betonen, dass eine Einrichtung kaum schlechter sein kann als die ihre. Trotzdem ist sie gerade noch gut genug, um eine unserer schicken Broschüren zu erhalten. Und das macht sie wiederum unglaublich effizient. So, wir haben einen Naturclub standen. Nice. Können wir doch mal positionieren. Direkt Spiffenmoor und Fluffborough als neue Orte freigeschaltet. Sehr schön. Wir machen aber wie gewohnt hier erst einmal weiter, bis wir unseren dritten Stern haben. Gewinne folgendes Event. Ach, guck mal, da kann man eine Veranstaltung machen. Ach, Tatsache, ja, Mensch. So, hier planen wir dann auch mal eins. Boah, ey, wir haben aber echt ein riesiges Müllproblem, stelle ich gerade fest. Wir brauchen mehr Mülleimer. So, und wieder ein bisschen mehr Gewinn. Sehr schön. Zwei Bewerber für Forschologie. Dann machen wir, zack, 18.000 Gewinn. Sehr nett. Wir gönnen uns mal weitere Hausmeister. Da wir ja früher oder später... Ach, guck mal, du bist so ein happy, fröhlicher Typ. Du kannst gut Upgrades machen. Das sollten wir auch mal vorrätig haben. Und grundsätzlich sollte ich auch nur in der Schlafseele angehen. So, Roderick Cushion hat seinen kürzlichen Bericht auf dem Campus genossen. Ach, Besuchbericht. Wie kann ich auf Bericht? Wahrscheinlich, weil da Bericht schon und ich mich verguckt habe. Egal. Scheinbar fühlte er sich so berühmt, wie er es verdient. Der hat die durch den Besuch geweckte Aufmerksamkeit genutzt, um die Verhandlungen um eine Fortsetzung des umstrittenen Unistreifens Feuerzangenpunsch. Ah, ja. Die Post startet jetzt. Hurra. Warum weigerst du dich, Gebühren zu bezahlen? Was ist denn mit dir? Sollen wir den rausschmeißen? Na, mir egal. Schilder hoch. Ein Eindringer soll entfernt werden. Yes. Richtig zum großen Tjost. Sehr schön. Personal wird gebeten, inspirierend zu sein. Klinik der Stufe 5. Das haben wir. Das sollte ich nicht erst sagen müssen. Aber wenn Jumbo-Magnon etwas die Finger im Spiel hat, SZ-Party, die regeln wir. Jumbo-University. Murmelpendel. Dass ich nicht lache. Den sollte man auf den Mond schießen. Das wäre mal lehrreich. Jetzt haben wir noch einen, der hier abwärmen kann. Yes. Dich. So, dann entfernen doch mal direkt diesen Eindringling hier. Wo ist denn hier unsere Forschungselite geblieben? Schön forschen. Schön forschen. Schön forschen. Oh, das ist jetzt noch mal ein ganz, ganz kleines Plus. Was ist denn da wieder los? Egal wie groß der Druck auch sei. So, die Liebesbeziehungen, die entwickeln sich auch nach und nach ein wenig. Sehr schön. Wie dann brauchen wir noch? Ah, sehr gut. Wir haben es bald. Gibt es nochmal Dickgeld. Und das reicht dann schon fast, um unsere Darlehen zu tilgen. Sehr schön. Dann haben wir es endlich hinter uns. Ich glaube, ich warte, bis wir das haben. Dann können wir nämlich das Darlehen tilgen. Und dann haben wir endlich mehr Kohle. Soweit die Theorie. Na, damit warten wir noch kurz. Dabei. Können wir das überhaupt noch planen? Passt das? Ja, das passt da noch rein. Gönnen wir uns. Der nächste Monat ist auch rum. Wir hoffen, dass wir einen Plus machen. Sehr schön. Da kommt nochmal richtig Schotter rein. Die Theost startet jetzt. Hurra. So, dann nehmen wir doch erstmal Rittersportwaffen. Und ich sollte allgemein mal mehr Upgrades fahren, denke ich mir, oder? Macht Sinn, ne? Ach, ich wollte doch das Darlehen tilgen, ich Blitzbirne. Ja, und schon kann ich es nicht mehr. Wir machen erst mal wie gehabt weiter. Und müssen hier mal ein bisschen mehr Dekoration machen. Ach, was ist ein Quatsch wieder am Radio? Keine Ecke dieses einst tierisch herzhaften Landes ist gegen das abscheuliche Neue. Mh, wir könnten mal mehr Automaten aufstellen. Ach, wir könnten so viel machen. Wir sollten so viel machen. So, 100 Studierende steht in einem Buchkopf bei. Viele Forschologie-Studenten aussteigen lassen. Sehr gut. Wem gönnen wir dann eine Weiterbildung? Ich würde sagen, sämtlichen Forschern sollten wir auf jeden Fall Erweiterbildung gönnen. Kriegen wir da auch endlich mal was. So, Tag zur Aufentür, gerne. Mit der Sportwaffen sind wir schon dran. Vier Studenten benötigen für eine Artillerie. Du, Club Bücherregal. Sehr schön. Da haben wir jetzt aber nicht so ganz den Platz für. Jetzt bin ich da, wo ich ihn haben möchte. Zack, und schon ist wieder ein Studienjahr rum. Mensch, die Zeit rast ja aber auch. 20 Abschlüsse, 45 bleiben im Studium. Bester Dozent. Sehr schön. Forschungsbeitrag. Was haben wir hier noch? Aufstrebende Mitarbeiter. Sehr gut. Campus der Zukunft. Club Royale und Herzblatt. Nice. Die Jahresentwertung steht fest. Sieh mal eine an. So. Na komm. Mehr Rittersport. Noch ein Wissenschaftslabor brauchen wir dafür. Okay. Das ist aber sportlich. Was macht der Talen? Können wir noch nicht hirken, aber wir müssen jetzt sowieso erstmal investieren. Was kostet der Raum denn? 46.000. Die verkaufe ich mal kurz. Dann machen wir hier jetzt ein Avisenschaftslabor. Oh, wir machen dich etwas größer. Perfekte Zeit für Bauarbeiten. Ich meine ja nur. Wir machen es jetzt erstmal nur ein bisschen minimalistisch. Wir machen es jetzt erstmal nur ein bisschen minimalistisch. Wir machen es jetzt ein bisschen minimalistisch. Wir machen es jetzt ein bisschen minimalistisch. Und jetzt kommt wieder eine Horde neuer Studenten, die verarztet werden müssen. Toll. Ganz großes Tennis. Wir könnten vielleicht mehr Deko, dass sich die Leute ein bisschen mehr ineinander verlieben. Habt ihr mal darüber nachgedacht, warum alle so versessen darauf sind, dass wir lesen wollen? Na, damit wir lesen können, was sie schreiben. Natürlich. Das ist doch vollkommen logisch. Aber warte mal, ich habe hier den Naturklub. So haben sie noch eine Möglichkeit, uns zu kontrollieren. Deshalb lese ich ausschließlich den konfusen Kurier. Woher haben wir die denn? Wir hatten die doch freigeschaltet. Auf diesen Rosengarten und so. Das bricht den Code und er gibt absolut keinen Sinn. Einfach perfekt. So, warte mal. Es ist nicht euer Jahr. Es ist einfach nur ein Jahr. Warte mal, wie heißt das Teil denn hier? Ebenweiß. Ein Dringlinge auf dem Campus. Liebespunk. Einmal ein bisschen positioniert. So. Arcade-Tisch für zwei Spieler. Ja, kriegen wir hin. Attraktivität-Werte von 60%. Das kriegen wir hin. Dann noch ein Bücher-Regal. So, ich glaube, wir können so unser Darlehen tögen. Yes. Und weg ist es. Wunderbar, ihr Lieben. Und was, was ist hier? Kampfplatz benötigt ich in Standhaltung. Oha. Da ist einer schon dran. Sehr gut. Das ist eine Kapitalidee. Auch 40.000 gewinnen. Ja, hi, der Witzker. Draußen ist es etwas nass. Bitte plant euren Tag entsprechend. Also, wir brauchen die Liebesbeziehung. Die werden mit der Zeit kommen. Wir werden hier ein neues Event planen. Und vorher noch mal hier. Oh. Warte mal. Das wäre natürlich richtig fein. Okay, Moment. Wir müssen das jetzt erstmal so nehmen. Das wäre jetzt ein bisschen strategisch unklug, das jetzt zu diesem Zeitpunkt zu machen. Sollen wir erweitern den Raum einfach mal nach hier hinten. Packen dich dann da hin. Gar nicht wahr. Dich erstmal da hin. Dich dann da hin. Machen dann hier noch eine schöne Tribüne hin. Zack, ist hier jetzt richtig rum? Ich hoffe, ja. Ja, ich denke. So. Artillerie haben wir. Dann hier noch ein paar Waffenständer. Und ein, zwei Attrappen. Meint ihr, ich habe es ins Radio geschafft, weil ich eben ein schicke Stück Papier habe? Von wegen. Radio. Das ist Jazz. Es ist lebendig und unrechtlich. Irgendwie will er nicht so, wie wir wollen. Das kann man nicht einfach lernen. Klar, man kann sich sagen lassen, welche Knöpfe man drücken muss und wann. So. Zack. Invasionsübersicht. Check. Noch ein Spieletisch für zwei Spieler. Und jetzt noch ein Vorprogramminter Song, den ich nicht gewählt habe. Ach, das Buchbücherregal. Stimmt, das sollte ja auch. Komm, wir machen das jetzt einfach hier hin. Ja, das Event kriegen wir mit dem Science-Fiction-Friend. Zack. Was haben wir next? Rabenlampe. Ja, gerne doch. Geht aber, glaube ich, nur drin, ne? Aufenthaltsraum Prestigestufe 5. Haben wir doch schon. Gesunder Körper, gesunder Geist. Ja, das statt von mir. Passt doch. Und da haben wir schon den zweiten Stern. Ja, hi, du Ritzker. Sehr schön. Ich muss zugeben, dass mich ihr Umgang mit Lord Blackheart schon irgendwie verblüfft hat. Ich hätte nie damit gerechnet, dass sie ihren nächsten Nachbarn mit so großem Vergnügen demütigen würden. Aber in den Rittersport-Wissenschaften wird eben mit harten Bandagen gekämpft. Den letzten beißen die Junker, wie es so schön heißt. So, wir haben ein neues Event freigeschattet, den großen Thjost. Und noch einen Action-Film erzielen. Nice. Wir haben auch noch hier anscheinend was erledigt. Was haben wir denn da? 500 persönliche Ziele erfüllt. Nett. Ach, Prestigestufe 7. Das kriegen wir doch hin, denke ich. Hauen wir einfach mal hier ein paar Bildchen an die Wand. Warum springt das denn so doof? Was soll denn das so? Krank sein stört das Studium. Also lasst euch das umsetzen. Zack, das ging schnell. Und dann zurück an die Arbeit. Habe ich eigentlich schon... Ach, ich habe gar kein Projekt hier. Was ist denn da los? So, und du kriegst mal ein Upgrade. Du bist schon voll verbessert. Hier können wir noch nichts verbessern. Das werde ich auch nochmal bei Gelegenheit erforschen. So, hauen wir mal ein bisschen was raus. Tag da auf der Tür. Check. SZ-Party, auch die. Check. Und was haben wir noch? Honor Rollers will jemand haben. Gerne doch. Zack. Suprina von 73%. Ja. Und direkt das nächste Konzept. Mein Gott, eine Partyjagd. Die nächste. Sehr schön. An die Verwaltung. Bitte auf die Flüssigkeitsaufnahme achten. So, ich ho... Oh, Leute, wir sind ein bisschen... Äh, ne? Ein bisschen ins Negative gerutscht. Nun haben wir eine Frage von Kevin aus Fluttering. Hey, Harrison. Das ist nicht gut. Was war dein Lieblingsprojekt in der Schule? Sehr gut, dann wieder. Das ist eine gute Frage. Zack. Und übrigens, Schule mag nichts als Schwindel sein, aber deswegen sind nicht alle Lehrer gleich böse Menschen. Ich glaube, wir können uns noch mal ein weiterer Hausmeister. Ich habe immer gern diese kleinen Vulkane gebastelt. Wer hätte schon gedacht, dass Vulkane voller Essig sind? Einfach genial. Aber wie können wir das sicher abholen? So, wollen wir noch weitere Weiterbildungen planen? Ach, zwei Stück Simpsychoplan. Sehr gut. Nachher ist man benötigt einen Dozenten. Dann stellen wir doch mal einen ein. Und noch einen. Und Stufe 18 hätten wir damit erreicht. Sehr schön. Zwei neue Studenten. Wunderbar. Wir sparen jetzt ein bisschen Geld und werden uns, glaube ich, das nächste Grundstück einverleiben. Da geht's nicht. Warte mal. Hm, nicht gebäude. 65.000, obwohl es so ein kleines Grundstück ist. Krass. Okay. Wie sähe es hier aus? Mehr Gebäude und... Wir nehmen das mit Gebäude und machen dann hier eine ganz große Ansammlung von Studentenzimmern, also von Schlafsälen. Dass wir dann wieder diese kleinen Studentenzimmer haben, wo immer zwei drin sind. Damit die Studentenzufriedenheit ein bisschen nach oben geht. Oh, der dunkle Thron. Also drei sind noch zurück zu schlagen. Also schlagt sie auch zurück. Hausmeister zur Upgrade-Montage benötigt. So, es geht hier einigermaßen voran. Das ist schön. Aber, ihr Lieben, da es einigermaßen voran geht, auch in Sachen Zeit, machen wir in der Schein einen kleinen Cut. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich fürs Zuschauen. Und wir sehen uns wie immer wieder beim nächsten Mal. Ihr Lieben, bis dahin. Tschüss, Sikowski. Tschüss, Sikowski.